Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Heute habe ich mal wieder ein kleines Lego City Set für euch mitgebracht und zwar die 60383, den kleinen Elektrosportwagen. Ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, warum ich so kurz nach dem Desaster von der Lego City 60312 auf einmal schon wieder so ein kleines Lego City Set habe. Und das hängt damit zusammen, dass mich Traveller auf Instagram angeschrieben hat, dass man mit diesem Set hier sehr viel Spaß haben kann und ich mir das natürlich dann nicht entgehen lassen möchte und mir das sehr sehr gerne auch nochmal anschaue. Weil wie ich schon im Video zum kleinen Lego City Polizeifahrzeug gesagt habe, ich möchte ja nicht die ganze Zeit über Lego schimpfen, ich möchte gerne gute Sets sehen und da habe ich jetzt die Hoffnung, dass dieses Fahrzeug hier ein gutes Set ist. Ich muss ehrlich sagen, aufgrund des Elektro-Themas ist das Fahrzeug an mir zumeist vorbeigegangen. Man hat natürlich mal davon mitbekommen, aber es hat mich auf den ersten Blick nicht so sehr angesprochen, weil ich einfach eher auf ältere Fahrzeuge stehe und jetzt nicht auf diese moderneren Fahrzeuge und das ist ja schon eine sehr moderne Optik. Aber auf den ersten Blick, auch auf der Packung, gefällt mir die Optik ziemlich gut, denn es ist eben genau diese moderne Optik, die neue Fahrzeuge haben. Und wenn Lego das genauso darstellt, dann machen sie ja auf jeden Fall keinen Fehler. Wir haben dann noch eine Figur dazu und diese Ladesäule mit den Solarpaneelen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob wir hier wieder Sticker finden, denn beim Polizeifahrzeug war ja wirklich alles bedruckt. Dementsprechend mache ich das Ganze jetzt mal auf und dann können wir uns zusammen die Anleitung und die Teidetüten anschauen. Und hier haben wir schon die Teidetüten. Auf den ersten Blick muss man sich echt dran gewöhnen, dass die Farben in diesem Fall höchstwahrscheinlich Sinn machen. Die zwei Scheiben sind dabei, sind beide baugleich und das Unterteil für das City-Fahrzeug. Über die Teilequalität reden wir wie immer, wenn es dann soweit ist. Was aber jetzt schon aufgefallen ist, dadurch, dass die Scheiben einzeln drin liegen, haben sie schon ein paar mehr Kratzer, als ich das sonst von Lego gewohnt bin. Es ist nicht extrem, aber man sieht schon, dass sie ein paar Kontakte mit dem Unterteil hatten. Und dann haben wir hier die Anleitung. Die ist, wie wir das schon gewohnt sind von Lego, aus einem hochwertigen Papier. Es ist wieder das Lego-Standard-Design von der Anleitung, da gibt es keine Überraschungen. Es wird nichts ausgegraut, sondern alles in Vollfarbe dargestellt. Insgesamt haben wir 34 Bauschritte auf 51 Seiten, beziehungsweise bis zu dieser Animation dann 53 Seiten, aber nur auf 51 Seiten wird wirklich gebaut. Und ich habe natürlich nochmal die Teileliste für euch. Wenn euch das Ganze interessieren sollte, könnt ihr euch das Video wie immer gerne an der Stelle anhalten. Erster Freudenpunkt ist auf jeden Fall, es gibt wirklich keine Sticker. Hier sind alle Teile bedruckt. Richtig, richtig großer Daumen nach oben. Über die Druckqualität reden wir natürlich dann gleich noch, wenn wir das Ganze gebaut haben. Und dementsprechend fange ich jetzt auch an zu bauen und wir sehen uns dann gleich wahrscheinlich mit dem fertigen Fahrzeug wieder. Ich denke nicht, dass bei so einem kleinen City-Set ein Zwischenbauschritt nötig sein wird. Ich hoffe wirklich, dass es diesmal ein besseres Fazit gibt, als bei dem Lego-Polizei-Auto. Und damit ist ja auch schon fertig unser kleiner Elektro-Rennwagen. Der Bau dauert ungefähr 15 Minuten und hat wirklich Spaß gemacht. Es ist natürlich super, super einfach. Es gibt keine Probleme mit der Anleitung. Es ist mir nur ein was aufgefallen in der Anleitung, was mir auch schon bei der Princess Spielware aufgefallen ist. Scheinbar macht das Lego jetzt wirklich so, dass bei solchen Clients jetzt nicht die Teile mit einer Mengenangabe hier oben gezeigt werden, sondern einzeln nebeneinander abgebildet sind. Bauen lässt es sich natürlich mit beiden gut. Ich bin aber eher ein Fan von der Mengenangabe neben dem Stein. Die Steinequalität ist hier wieder so, wie ich sie von Lego gerne haben möchte. Die Verbaubarkeit ist natürlich super. Das ist das, womit Lego weniger Probleme in letzter Zeit hatte. Und hier ist auch wieder das Aussehen richtig, richtig gut. Die Scheiben sind trance, so wie sie sein sollen. Leider ein paar Kratzer drauf. Und die Steine sind richtig schön glänzend. Die Angusspunkte halten sich in Grenzen. Es ist alles farbtreu, was natürlich jetzt bei den Farben nicht allzu schwierig ist, zugegebenermaßen. Aber hier die Steinequalität wieder top, so wie ich das von Lego auch erwarte. Und was haben wir dann gebaut? Einmal diese kleine Ladestation, mit der wir das Fahrzeug hier auch laden können. Das ist jetzt natürlich bautechnisch kein Highlight, aber wir haben hier oben diesen tollen Print für die Solarpanels. Und ja, es ist eben ein Print und kein Sticker. Und somit kommt das schon richtig hochwertig rüber, obwohl es ja eigentlich, wie gesagt, bautechnisch jetzt nichts Weltbewegendes ist. Und dann haben wir auch dieses Fahrzeug. Hier vorne nochmal zweimal der gleiche Print. Und hier hinten seht ihr schon, sind zwei Batteriezellen geprintet. Auch sehr schön. Das sind einmal zweier Fliesen und davon eben zweimal dasselbe Print. Gefällt mir richtig, richtig gut. Das Fahrzeug ist an sich schon sehr bunt. Trotzdem hat es Lego geschafft, noch eine kleine Farbseuche einzubauen. Und wir haben hier hinten nochmal orange und ein dunkles Blau. Aber das ist ein Grad an Buntstein, mit dem ich auf jeden Fall sehr gut leben kann. Vom Aussehen ist das Fahrzeug natürlich, ich nenne es mal, dem Vorbild entsprechend. Ob man jetzt generell diese moderne Optik mag, ist ja eben seine Sache. Aber dieses moderne Elektrofahrzeug mit seiner Optik haben sie sehr gut hinbekommen. Lego kann ja nichts dafür, ob man jetzt das Vorbild von so einem Elektrofahrzeug mag oder eben nicht. Was ich an Teilen sehr cool fand, sind diese Trans-Red Gitterfliesen. Davon sind ganze drei Stück im Fahrzeug. Und ich finde, das haben sie schön genommen, um eben einmal das Heck darzustellen mit den Trans-Red Teilen und die Front mit den Trans-Blue Teilen. Also ich finde, das ist wirklich richtig gut gelungen. Dann kann man noch beide Scheiben natürlich abnehmen. Der Innenraum ist mal wieder so spärlich, wie wir das leider von City kennen. Nur so ein Werkzeugkasten und hier vorn das Lenkrad. Hier hinten verbirgt sich nochmal die dritte Trans-Red Gitterfliese. Und wir können hier natürlich eine Figur reinsetzen. Und apropos Figur, hier haben wir auch schon den Kollegen, dass der Fahrer passend zum Fahrzeug angezogen. Die Brust ist bedruckt, sehr schöner Print meiner Meinung nach. Und auch der Rücken ist bedruckt. Ich finde die Figur wirklich gelungen. Das Einzige, was mich stört, ist, die Beine hätten schwarz sein dürfen, meiner Meinung nach. Dann hätte das nochmal ein Stückchen besser gepasst. Er hat auch nochmal so eine Kappe hier auf. Ein Wendegesicht hat die Figur nicht. Alles in allem finde ich die Figur wirklich in Ordnung. Und zu guter Letzt haben wir auch noch Ersatzteile. Was ich da sehr spannend finde, ist, dass auch nochmal das Elektro-Ladekabel als Ersatzteil mit beiliegt. Es sind wirklich viele Ersatzteile für die Setgröße. Und so kann ich sagen, Traveller hatte auf jeden Fall recht. Das ist ein super gutes, kleines City-Elektro-Rennfahrzeug. Und man sieht, dass es Lego eben doch noch kann. Wir haben hier drei verschiedene Prints dabei. Insgesamt sind es fünf bedruckte Teile. In so einem kleinen Set. Chapeau. Es sind tolle Prints. Wir haben eine schöne Figur. Das Design ist gut. Die Teilequalität ist gut. Wir haben ganz, ganz wenig Farbseuche. Es hält sich wirklich in Grenzen. Damit kann man gut leben. Und damit ist dieses Set viel, viel besser als das kleine Polizeifahrzeug. Natürlich könnte der Innenraum noch ein bisschen besser dekoriert und eingerichtet werden. Aber das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich hatte viel Spaß mit diesem Set. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Das würde mich wie immer sehr interessieren. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst wie immer gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Euer Valleybrick. Ich wünsche euch. Untertitelung des ZDF, 2020